Ja, für das Kommunenleben im Kapitalismus ist es jetzt höchstwahrscheinlich noch zu früh, so meine Erfahrung, ich inseriere zwar gerade oder habe eine Werbefirma beauftragt und so weiter, für meine Gemeinschaft Köln-Süd sozusagen Werbung zu machen, aber ich fürchte, es ist einfach zu früh dafür. Die Menschen sind durch den Kapitalismus charakterlich derart deformiert durch die Summe aller vorteilbringenden Irrtümer, die sie mit sich rumschleppen, dass es sozusagen ja erst die Übergangsform der GWÖ-GWO-Kombi braucht. Denn erst in der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination kommt es zum Aussterben all der vorteilbringenden Irrtümer der Spaten und dann werden die Menschen immer freier von den Irrtümern. Ihre Köpfe werden wieder gefüllt mit Wahrheiten und dann sind sie, falls wir tatsächlich eine Genetik haben zum Kommunenleben, dann sind sie auch erst wieder fähig dazu. Und bis dahin kann es sein, dass ich gerade umsonst Geld ausgebe, weil es gar nicht möglich ist, weil erst durch die GWÖ-GWO-Kombi, das neue weltrettende Weltwirtschaftsmodell, erstmal wir überhaupt die Irrtümer aus den Gehirnen rausschmeißen müssen. Und bis dahin kann es sein, bis dahin kann es sein, bis dahin kann es sein.